Oh ja, geil, fängt es ja an, ne? Ist ja frisch. Ja. Ist noch frisch, gerade mal so drei, vier Kills jeder. Mhm. Wie es sich schon, wenn er den Bull runter birgt. Ja. Zack, den ersten weg. Zack, den zweiten weg. Hab schon eine gekriegt noch von dir, geil. Ach du warst das? Naja, ich habe die zwei hier mit der langen Axt. Was ist denn das hier für ein Baumstamm? Weiß ich nicht. Kannst du nehmen. Kannst du mit dem Baumstamm erschlagen oder was? Meißen kannst du da. Ich habe ihn auch genommen. Mich hat es so nix so kalt gemacht, weil ich mit dem Baumstamm so geil war. Gleich auch. Ich habe ihn hier. Ich habe ihn hier. Einen habe ich. Ich bin tot. Hilf mir. Nein, ich bin doch erst hier. Ich bin hier am Sporen hinten, Alter. So schnell kann ich doch nicht. Ich wollte auch gerade rumspielen und schmeißen. Da kam einer mehr entgegen. Ich habe ihn aufs Kreuz gehauen. Und dann kamen noch zwei. Nein. So. Ich heil da bei. Boah. Ja. Übrigens, die zählen ja wie viel Kriegsschreie du hast. Siehst du dann in deinem Profil. Boah, Alter. Nein. Heilung. 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 Es ist geil. Ich habe am Nachmittag noch mit Klaus ein bisschen ein Battlefield. Aber ich brauche Schwert und Axt, Junge. Das ist Männer-Sport. Schlagen. 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 Eier. Schockiert der Busch. Scheiße. Ich glaube, ich konnte aufstehen. Ich habe es nicht gemacht. Der Ölchopf fährt jetzt. Brenn du Vieh. Nicht du, Masse. Ja. Ich habe ihn kalt gemacht, glaube ich. Ich mache ihn mal hinter dir. Na gut, jetzt war ich schon. Das Leben hing schon am seitenen Faden. Oh, jetzt haben sie mich. Ah, jetzt haben sie mich. Ah. Ich habe schon sechs Kills. Geil. Ich habe fünf. Sechs zu zwei. Und zehn Liter Schläge. Das läuft wirklich gut heute. Weil du angefixt bist, Junge. Ja. Da sind wir wieder. Ja. Du verheulst. Das war geil. Boah. Boah. Also weg, du Fotzer. Noch einer. Ich habe ihn durchgeknüppelt mit einer Gewerkschaftskeule. gleich, komm. Das ist drei. Neun zu drei. Alter. Lass das Schwert sprechen. Ja. Mit der Axt. Ah ja, stimmt ja. Die ist wieder. Top. Komm, spawn 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 spawn. Jetzt ja. Wo rennt ihr hin, ihr Trottel. Da sind sie doch. Boah, ganz hinten. Ganz hinten. Komm mit zu dir. Ja, ich habe zu kalt gemacht. Nein. Oh. Ich bin ein Hypergamer. Mann, weil ich desertiert bin. Hier ein bisschen. Warte. Nee, ich habe mich selbst umgebracht. Ja. Ich bin gerade viermal gestorben. Ich habe schon Zähne mitgenommen. Was willst du mehr? Schlagt ihn tot. Genau so. Aua. Ich muss weg. Boah. Autsch. Macht der immer. Geil. Uh. Jetzt habe ich fast meinen Mate einer verpasst. Frau Petter. Den habe ich verholt, Junge. Den haben es lang gemacht. Was ist? Feuer. Feuer zu euch. Oh, ich brenne. Mich hast du wieder erwischt. Ja, ich habe mich selber erwischt. Achtung gleich. Da kommt noch was. Scheiße. Ich liege. Warte. Bleib am Leben. Ja. Ich bin tot. Scheiße. Alter, was für ein Gemetzel, Junge. Hier ist keiner. Komm schnell. Rette mich. Ich kann doch nicht. Ich bin doch tot. Achso. Achso. Du hast noch. Ja, komm. Du hast noch. Du bist in seinen Händen gestorben. Weil der so blöd ist. Boah. Klotzt ja erst auf der Erde. Oh, Alter. Hab ich ihn verrissen. Drei Mann. Na ja, gut. Was willst du da machen? Nein, ich brenne. Mann, wer hat denn hier schon unter Feuer hingeschmissen? Alter. Ich bin gerade noch aus dem Gefahrenbereich gesprungen. Boah. Wo ist meine Axt herrlich? Alter. Ja. Junge. Die sind ja wie die Kaputten. Hast du mal ne Kiste gesehen? Oben hier. Boah. Herrlich. Demjahr. Der ist gut. Hat das neu geschlossen. Ich bin für Milchgeld geholt. Hebe mich auf. Hebe mich auf. Die Idioten. Lauf nicht weg. Junge. Hebe mich auf. Hebe mich auf. Ist das ein Bettenesser? Alter. Ach, sind das Fotzen? Alter. Jetzt kommt hier einer. Ich hätte sie heilen können. Ich hatte aber volle Heilung. Weißt du? Ja. Dieser Arschlöcher. Na gut, ne. Hätte ich doch nicht. War doch noch nicht voll. Egal. Mach er nicht schon. Wer schmeißt denn hier schon wieder das Drecks Feuer zurück? Heuerzeit bei allen Dingen. Boah. Der hat mich niedererknüppelt. Jawoll. Boah. Da haben wir. Ah ja. Der Goldene mit dem neuen Schwert. Der Wichser. Hat das das neue Schwert noch? Wo ist denn der? Oh, der ist weg. Ich hätte ihn schon nehmen können. Mal schon probieren. Scheiße. Da liegt ja irgendwo hier hin. Das ist ja ne Frisch was. Würfer teilnehmen. Hey. Ja, du kannst Köpfe abschlagen. Dann kannst du dann nerven. Habe ich heute gesehen bei irgendjemandem. Klingt aber eigentlich nicht so viel. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Das war die Axt in den Schädel. Ganz genau. Nimm deine Axt mit. Oh, Alter. Boah. Oh, jetzt wurde er immer auf ein Pfeil geschossen. Ein Brandpfeil. Ja. Ja, ist schon das hier. So, wo geht's hin? Zack. Oh nein. Sorry. Ist doch nicht schlimm. Nein, mein Klei. Bist du in die Axt gerannt. Schlag den Tod. Jetzt. Da kann man jammern, wie er will. Wie er weg kriegt, Waldo. Ich hab die Axt in den Wands geschmissen. Den Hund. Guck mal auf dem Dach erstmal. Da ist gleich toll. Hier ist eine Wickeltruhe. Nee, was ist aus? Oh, hier kommen wir jetzt zurück. Wir sind zu weit. Ja, da ist auch eine Wickeltruhe hier drüben. Boah, Alter. Das ist ja Tier. Ja, wir sind zu weit. Wir sind hier vor. Scheiße. Einfach hier vor. Komm, 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 komm. Renn, renne, 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 renne. Oh, hier nicht mehr. Doch, immer noch. Sag mal, willst du mich verarschen? Du Fotze? Nee, da... Ey, die Fotze? Ich war schon ganz vorne. Wo sind denn die Heinis alle von uns? Boah, Alter, hab ich ja... Boah, bin ich wirklich gemäht, Junge. Wie der Tod mit der Sense, Junge. Ja, ich bin gleich auf der Brücke gesporen. Das ist doch gut. Ich schmeiß mal das Feuer hier hinter. Die alle stehen. Okay. Ich glaube, ich verbrenne ihr. Ah, scheiße. Gehen gebrochen irgendwie. Kack, der erste. Boah, hier. Fünf Achstiebe abgekriegt. Alter Brebe. Von allen Seiten. Ja, nehmen wir seinen Achst. Klappt wie ihr Schnitzel. Hahaha. Das schlägt die Einde. Ist ja mal hier runter hier. Was ist das mit Ihnen? Ja, irgendeine Probleme hier. Ja. Musiker. 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 Das war mein Freund. Boah, scheiße. Den hab ich weggemeldet. Aber wie. Komm, wir gehen wieder unten lang. Oh, hier ist noch einer am nebengeblieben. Ja, ja. Gehen links lang. Soll ich da hier lang kommen? Ja. Den haben wir schön auseinandergenervt, Alter. War das geil. Ausgetrickst. Ausgetrickst. Hahaha. Das ist immer geil. Und der hat die Konzentration auf Ende nicht so weit vor, ne? Doch. Doch. Wir müssen doch. Wegen der Satiren. Ach wo? Das geht noch. Hier hinten stehen die Bogenschützen, die Idioten. Ach so. Da kommen sie doch schon. Ah ja, die hier. Oh, pass auf, Play. Guck dir da, die Idioten, die kriegen es nicht. Da kommt einer hinter uns. Komm, den holen wir uns. Oh, der hat mich. Der Wixler hat mich. Mich auch. Aber es kamen noch zwei. Scheiße. Scheiße. Jetzt waren wir übermütig. Oh, wir fallen ab in der Liste, Alter. Wir müssen ein bisschen besser kämpfen. Da ist einer drüben links. Ja, von links, ja. Guck, da kommen sie. Da wollen sie links rüber. Wir haben jetzt auch... Da ist einfach ein Pfeil entfädelgeschossen. Da rennt einer in die Bude rein in seiner Gewerkschaft. Skäule, Alter. Boah, Alter. Ich habe mich schon geschnüppelt, die Wichser. Ey, wie weit rennt denn da Pisspott? Georg von Funtberg. Wie schnell der sich kriegen kann, wird er. Alter. Wo will der denn hin? Der Pisspott. Keine Ahnung. Boah. Wo ist der da hingerannt, der Eimer? Da rennt der durch die ganze Bude. Ja, ja. Da laufen hier. Wo ist der da hingerannt, der Spass? Hä? Jetzt bin ich dem den ganzen Scheißweg hinterher gelaufen. Für nichts. Ja, wieder nichts. Ach, da ist er. Hat er mich noch die Pfadze mit seiner Gewerkschaftsgeule, glaubst du das? Ja, der Einer am Winter. Jetzt stirbt er. Komm, stirb. Ja, woher komm. Noch einer. Jetzt muss er auf den Kopf. Warte. Ja, woher komm. Ja. Geil. Aber wo bist du gleich? Du bist drauf gegangen. Ja, der hat mich getötet mit seiner Gewerkschaftsgeule. Oh. Der hatte bloß noch einen Schädel. Der hat auf dich einschädeln wollte. Geil. Boah, Alter. Jetzt brenne ich da ein. Hier, guck er. Ja, geil, ich sehe es. Das war ein riesen... Riesen-Massaker. Riesen-Massaker. Ne? Ich habe sie gesehen, weil ich die gehittet habe, habe ich auch Punkte gekriegt noch. Hebe mich auf, hebe mich auf, Einer. Danke, 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 Männer. Sehr gut. Da vergibt es Heilung. Oh Mann, wieso? Die scheiß Maus, Mann, hier. Egal, drückst du auf die falsche Taste. Drehst er sich nämlich nicht, habe ich gesagt. Oh, oh. Ach. Was ist das, die Maus? Die hat nur beruselig ist. Ja, nee, fast. Aha. Oder Bogenküsse. Autsch. Wollen wir mal heilen. Was ist mit dem Armabber hier? Ach, da war ja die Treppe runterleiern, oder was macht er am Zweier da hier rum? Versuchfarbetz. Ey, du plantest Wuchtel. Alter, bitte kann ich den ja nicht plocken. Halt bitte das neue Schwer, die Fotzen. Die haben ja ganzes Essensgeld gut rausgegeben. Kauem raus, dann nehmen wir gleich das neue. Mal raus, dann nehmt ihr gleich das neue. Das ist aber auch übel jetzt. Ne? Nein! Boah! Mist! Und meistens hat die Axt weg, die dumme Sau. Komm mal her, nimm die doch mal. Ich hab's noch gar nicht gesagt. Ja, hier holen wir uns. Ja, der kürbt unter unseren Klingen. Ja, der Niederkraft. Öltopf. Brennt, ja. Ey, wieso hab ich den nicht erwischt? Oh. Kürbt ja nicht. Oh, ich brauch Medizin. Oh, Alter. Irgendwo liegt da meine Axt. Ich auch. Mir geht's gar nicht gut. Oh, ich hab keine mehr. Wo ist meine Axt? Ah, hier. Dahinten ist Medizin. Hier liegt der Nieder. Oh, das Problem ist. Komm mal. Oh, scheiße. So sieht's aus. Oh, jetzt hab ich ein Maid getroffen. Ja, das ist passiert. Ja, das ist passiert. Der Spinner gewesen wäre tot gewesen. Oh, den habe ich in Shade runtergeschlagen, Alter. Oh, Mist. Nee, nee, ich war schon gefallen. Alter, geil. Ey, was hat denn der gemacht? Der hat ja Mordhau gemacht mit seinem Schwert. Hm. Wie geht denn das? Weißt du, was ist das? Nee. Na, der nimmt das dann an der Klinge und schlägt mit dem Griff. Achso. Na? Oh, nein. Oh, der hat denn, Junge. Okay. Den Nächsten bitte. Alter, die Patzen. Kann mich nicht mal drehen hier, Wigner. Oh, jetzt ist hier schon wieder extra... Ey, was ist denn Desertieren, Alter? Man ist im Kampf, Junge. Das muss. ja deswegen ich kämpfe da steht schon das hat hier und das bringt ja aus dem konzept etwas ja das geht ja noch ein sacks für das weg ich habe schon was ja und hier sind wir wieder hier ist er gefangen boah wo hin noch einen komm bring umblei die sauer hat mich angebrannt Oh Alter. Und so. Das ist Dreckditte niedergeschlagen. Die sind Dreckvieh, ja. Da oben ist noch ein Bogenschützer über dir. Da ist ja schon so ein Wandschieß. Zack. Zack. Ich kann doch nicht lang, weil da Feuer ist, wo es meine Aktion ist. Dann suchst du ja auch eine Waffe aus. Ja. Das ist ja auch so ein Mordhammer. Boah. Das ist ja höchst. Ja, das ist wie so ein Wäschestab. Das machst du nicht nochmal, du Fotzer. Von hinten? Die wollen doch eine geben, oder? Ey, wieso tessertiere ich hier denn schon wieder? Boah, ich heile mich. Da kommt dieser Schneckenfotzer angeschissen. Mit seinem Mini-Kopf, Junge. Hand an das Kopf. Da muss verrecken, der Hund. Da ist er. Komm, wir schlafen drauf jetzt auf den Hund. Hat er eine gekriegt, aber... Na ja, ein Viertel Leben hat er noch. Da darf bloß nicht zum Schiff kommen, der Spinner. Den müssen wir aufhalten. Ey, wie lange warte ich denn hier, bis ich wieder spielen darf? Meine Axt, du Knüppel. Wo ist meine Axt? Wo ist meine Axt? War einer geklaut? Oh, ey, du Fotzer. 32 Kills. 72 Niedergeschlagen, Alter. Du Tier. Und noch 24 Mal verrecklich. 32 Mal, Junge. Ja, es geht, ja. Das war die beste Runde. Definitiv 8300 Punkte. Da haben wir sonst 3 Spiele gebracht. Ja. Ey, Alter. 850 Erfahrungen. Ja, krass, Junge. Fast einen ganzen Rang. Alter, Schwede.